Ach, ähm, Freunde, ich hab dann noch was. Ähm, wenn ich dann hier draußen bin. Ihr wollt ja morgen da ne... Oh. Ihr wollt ja da ne Primal Carnage sehen. Hm. Schreibt mir in meine Kommentare, ob ihr das sehen wollt, oder ob ihr Minecraft sehen wollt. Und damit ich auch hier sicherer seid, ihr kennt mich, Freunde. Und, ähm, schreibt's einfach in meine Kommentare. Und wenn ihr, falls ich wieder am Krankenhaus lande, ne, einfach nur einen Daumen nach oben, dass ich dann ein Video mache. Ähm, dass ich euch quasi auf dem Laufenden leite. Ihr könnt mir natürlich auch folgen. Natürlich über Insta. Oh. Das, ähm, das hat ja auch auf dem Laufenden. Ich will jetzt so öfter was in den, äh, in meine, in meinen Status stellen. Ähm. Ich hasse das. Ich weiß nicht, das... Ich hab hier vorne kein, kein Internet. Jetzt hab ich das Video direkt hochgeladen. Im Krankenhaus. Aber ich hab leider kein Internet. Ich will meine Freunde nur wartet, bis ich das Video hochgeladen habe. Dann bin ich entweder aus dem Krankenhaus draußen oder ich durfte nur kurz das Video hochladen, um euch zu informieren. Aber, falls ich heute aus dem Krankenhaus komme, werde ich von zu Hause aus, also wenn ich dann zu Hause bin, nochmal ein Video aufnehmen und euch dann informieren. Haut rein, Freunde.